einen wunderschönen guten tag meine lieben trashies herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal ich bin danny und ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten trash news heute heute wird es richtig heftig denn ein teil von 24 tims community wendet sich gegen ihn ein shitstorm ist losgelöst denn tims fans sind ja sind nicht zufrieden dass er zeit mit kim virginia verbringt und sein content sich aktuell ausschließlich und ausnahmslos nur noch um kim dreht das scheint die tim bubble nun wirklich komplett zu stören und vermutlich zum zerplatzen zu bringen ich habe für euch ein artikel vorbereitet der sich damit beschäftigt hat ich habe für euch die meistgeklickten kommentare auf tims homepage und ich habe für euch einmal bei nindo reingeschaut wie sich das follower verhältnis bei 24 tim hallo katzen reporter verhält das schauen wir uns jetzt das schauen wir uns jetzt alles gemeinsam an und wenn ihr sagt wenn ständig vielen herzlichen dank für deine berichterstattung wir wollen mehr trash news dann für dich herzlich eingeladen dich unserer mittelgroßen trash familie anzuschließen meine lieben ich lade für euch dreimal am tag hoch morgens um acht vormittags um elf und nachmittags um 14 uhr der hat es ja nötig begleitet werde ich vom katzenreporter katzenreporter luke der immer mit dabei ist wenn wir über unsere trash sternchen sprechen der ist einfach immer mit dabei oder hat auch nicht ja katzenorakel entweder und entweder nicht gut ich zeige euch zuerst den artikel vom focus online der untermauert nur so ein bisschen meine these zum thema 24 tim und seiner community und zwar 24 tim macht auf bff mit kim virginia und wird von einigen fans zerrissen frische aus dem dschungel camp können 24 tim und kim virginia hartung offenbar nicht genug voneinander kriegen ganz zum ärger vieler follower des influencers fast zwei wochen verbrachte 24 tim und kim virginia im dschungel camp miteinander und wurden dort gute freunde zurück in deutschland wollen die beiden an dieser freundschaft offenbar festhalten im partnerkostüm feierten sie direkt zusammen in karneval und nahmen ihre follower wie es sich für zwei influencer gehört natürlich mit doch kim hatte sich bei vielen zuschauern im dschungel camp nicht gerade beliebt gemacht und die neu gewonnene freundschaft zwischen ihr und tim kommt also bei weit nicht bei allen gut an tim bekommt sogar einen regelrechten shitstorm und zwar zitat ende darum geht das hier um genau diese schlagzeile die ich versuche euch so ein bisschen zu erklären was da los ist und wir gucken natürlich auch rein denn tim gehört ja mit zu den größten influencern in deutschland und das alles was hier mit kim passiert dürfte seinem image nicht besonders gut stehen oder das ist die große frage wir lesen mal weiter shitstorm gegen 24 tim entfolgt wegen kim auf instagram teilten die beiden einen kurzen clip der sie in ihren karneval kostümen zeigt in den kommentaren werden die dschungel stars aber nicht nur für ihren kreativen look gefeiert sondern tim wird auch von vielen für seine freundschaft mit kim kritisiert entfolgt wegen kim oder das ist mir definitiv zu viel kim in deiner story ich bin dann mal weg heißt es in den kommentaren etliche fans des 23 jährigen sind genervt von seiner freundschaft mit kim und den vielen gemeinsamen postings viele drohen ihm zu entfolgen so manch ein fan ist allerdings auch um tim besorgt und macht kim gleichzeitig fiese vorwürfe jetzt braucht sie deine reichweite lass dich nicht benutzen schreibt zum beispiel eine userin und dann geht das hier und das fasse ich euch mal zusammen um diesen besagte knutsch video das habt ihr ja gestern auf meinem kanal schon gesehen das habe ich euch schon gezeigt und auch kommentiert wenn ihr das video verpasst habt verlinke ich euch das das solltet ihr euch definitiv angucken denn ich habe für euch einmal reingeschaut in die kommentare von kim entschuldigt bitte in die kommentare von tim und habe mir die meist geklicktesten kommentare rausgesucht und zwar unter dem aktuellsten posting von tim und es ist tatsache so was dort steht lässt mich aufhorchen denn es scheint dass die community wirklich kein bock mehr auf dieses szenario hat hier haben wir zum beispiel ein kommentar mit 641 likes entfolgt wegen kim das ist das was der artikel auch erzählt hat oder aber hier also kim versaut die definitiv dein image 1178 likes oder auch hier wie selbstverliebt er geworden ist 1163 likes und noch einmal tim hat eine riesengroße community ich habe mir die beitrage genommen die am meisten geklickt wurden und das ist schon das ist schon eine krasse image veränderung wenn man hier einen solchen zuspruch auf solchen kleinen kommentar bekommt haben wir hier meine beiden enkelin sind 13 und 15 haben tim entfolgt wegen dieser kim auch hier scheint die omi kommentiert zu haben und auch hier tims zielgruppe 13 und 15 haben wohl tim entfolgt oder auch hier wow die sympathie punkte die man in zwei wochen gewonnen hat in zwei tagen wieder verkackt muss man auch erst mal schaffen 1647 likes 1647 also auch hier scheint wohl ein neuer user bei tim gelandet zu sein der ihn aus sympathie zum dschungel abonniert hat und denn dann aber aufgrund dieses ganzes kim verhältnisses jetzt ja enttäuscht ist oder auch hier ein etwas größerer kommentar mit ebenfalls 521 likes lieber tim du kannst natürlich machen was du möchtest aber deine community in klammern wir feiern kim nicht du hast selber erzählt dass du menschen zu schnell ins herz schließt und ebenfalls erzählt dass du leute um dich haben möchtest die dich sehen ich hoffe du verstehst dass kim dies nicht sieht auch eure knutsch aktion war einfach nur daneben und enttäuscht viele von uns lass dich bitte nicht blenden wir wollen nur dein bestes und ich gehöre nicht zu tims community muss ich dazu sagen ich bin kein tim fan das liegt aber daran weil ich generell kein großer fanboy bin aber dieser kommentar der ist glaube ich für viele zuschauer echter balsam denn viele aus dieser tim bubble sind tatsache wirklich extrem enttäuscht von tim und so lese ich diesen kommentar auch und der kommentar liest sich so wie wenn einer aus meiner community also einer von euch mir sowas schreiben würde wenn ich jetzt mit irgendjemandem ein video zusammen drehe wo ihr mit den augen rollen würde und so verstehe ich das und ich finde das schon ich finde das schon sehr bedenklich dass man denn dann solche kommentare bekommt und erst einmal gebe ich dem kommentar recht und sage jo es ist komplett tims entscheidung mit wem er seine freizeit verbringt oder sein berufsleben kann man jetzt ja sehen wie man will aber ich kann auch verstehen dass die community enttäuscht ist das kann ich nachvollziehen dann haben wir noch diesen kommentar mit 1205 likes also ich habe überhaupt keine lust mehr auf kim content und auch diese peinliche knutscherei was soll das oder auch hier sorry tim ich mag dich wirklich aber kim geht gar nicht schade dass du ihr auch noch platz für ihre ego nummer gibst 860 likes und ich wiederhole ich habe hier nicht bewusst nach den anti kim kommentaren gesucht geht auf den aktuellen post von 24 tim klickt auf die kommentare es sind 23.000 klickt dort drauf und das sind die ersten die euch angezeigt werden die mit den meisten likes also ich habe hier wirklich nichts irgendwie gesucht was nur über kim geht das ist schon ein krasses meinungsbild wie ich finde ein ziemlich heftiges meinungsbild was tim und seine freundschaft mit kim betrifft wo ich erstmal sagen würde ob er sich damit nicht zu viel ja ob er sich damit nicht zu weit aus dem fenster gelehnt hat das alles so zu zelebrieren gerade diese kuss geschichte ist das was viele so enttäuschend finden weil sie ja offenbar inszeniert war da muss man aber jetzt ein fragezeichen dranhängen denn ich selber weiß nicht ob es inszeniert war aber es sah irgendwie danach aus gucken wir uns doch mal das follower verhältnis von tim an ob er denn wirklich so extrem verluste feiert war habe ich hier einmal für euch das hier wir zitiere natürlich von nindo grüße an riso gehen raus und das ist sein profil auf instagram er hat hier insgesamt 2,7 millionen abonnenten und hat in den letzten 30 tagen ein follower wachstum von 118 1000 ein sehr großer follower wachstum und so sieht seine tabelle in den letzten sechs monaten aus im september hat er 4800 verloren im oktober kam 9000 neue im november sind 19 eine halb tausend abonnenten geflohen wollte ich schon fast sagen gegangen und dann ab dezember ging es los 58.000 im januar 63.000 und im februar 85.000 guckt man sich das hier alles in der grafik an sieht man dass man hier keine spur von die abos bei 24 tim sieht ganz im gegenteil seine abonnenten schießen in die höhe und die ganze dschungel camp berichterstattung scheint ihm sehr gut zu tun und deswegen wird er sich wohl auch vermutlich bestätigt fühlen in seinem umgang mit kim was hier einfach nur schade ist so wie ich das beurteile ja es kommen neue abonnenten es kommen neue fans rein aber der kern die wurzel seiner community die scheinen enttäuscht zu sein zumindest das was ich aus den kommentaren heraus lese scheinen die leute die tim schon länger verfolgt haben jetzt über diesen erneuten sinneswandel extrem enttäuscht zu sein und sich denn dann auch gegen tim zu wenden und gerade dieser ursprung diese wurzel dieser community die ist so wichtig wenn diese wenn diese wurzel faulig ist kann dieses ganze konstrukt irgendwann ineinander zusammenbrechen und wir haben es bei anderen sagen wir mal trash stars schon erlebt wie schnell aus einem fan ein hater werden kann und wie mächtig auch hater im internet sein können das ist einfach so das sollte man nicht unterschätzen und ich habe so ein bisschen den eindruck wenn ich mir diese daten hier angucke ist tim nicht klar dass er zwar viele neue zuschauer gewinnt viele neue fans gewinnt aber der wichtige kern die ursprungs community die scheint so ist das meine interpretation aus den zahlen heraus die scheint mit ihm aktuell nicht so zufrieden zu sein und das tut mir wirklich wirklich leid ich möchte aber nicht für 24 tim sprechen das muss er für sich selber entscheiden aber für mich ist das hier schon ganz ganz klar ein indiz dafür dass eine dass die ursprungs community die tim damals abonniert hat die tim auch so sehen wollten hier nun etwas vorgesetzt bekommen womit die nicht so einverstanden sind und das tut mir wirklich sehr sehr leid denn ich weiß dass es für eine community extrem schlimm ist wenn sich der creator den man vielleicht jahrelang vertraut und verfolgt hat denn doch irgendwann verändert oder seine lebensweise verändert und man denn dann das einfach so schlucken muss das ist so ja 24 tim ist erwachsen der kann machen was will aber man soll natürlich auch der community die stimme geben weil eines darf man nicht vergessen jeder inklusive mir jeder der öffentlich als influencer im social media arbeitet egal mit welcher reichweite wir sind alle nur erfolgreich wegen der community wir wären nur geschaut weil irgendwann jemand mal gesagt hat mensch der ist interessant ich guck mal hin und diese ursprungs community das sollte der wind unter dem segel sein welches ein voran bringt und wenn dieser wind weg bricht dann kann es sein dass man irgendwann eine schieflage gerät und das muss 24 tim eigentlich wissen und sich so ein bisschen zurück zu seinen wurzeln besinnen so wie er es ja selber in den interviews gesagt hat und schauen und das möchte ich ja einfach so als kleinen ratschlag mit auf den weg geben und einfach wirklich schauen dass er sein privaten leben was ja völlig in ordnung ist er kann ja sich treffen mit wem er will dass man aber das nicht zu sehr in den vordergrund stellen sollte um seine community ja zu verletzen vielleicht ist ein großes wort aber zu enttäuschen zu enttäuschen denn ein bisschen sollte auch der creator natürlich auf die bedürfnisse der community eingehen und schauen wo vielleicht gerade klärungsbedarf ist was sollte man vielleicht verändern und da scheint 24 tim aktuell nicht drauf zu achten so zumindest mein eindruck wenn ich an dieses mutmaßlich gefakte kussvideo denke oder aber an die blicke in den live streams dass man hier als zuschauer quasi eine mutmaßlich gefakte beziehung einem vorspielt warum das alles so ist ob es darum geht kim von mike loszulösen ich habe keine ahnung das größte problem was ich aber damit habe ist nicht etwa dass 24 tim mit kim befreundet ist dass das geht mich gar nichts an das größte problem was ich dahinter aber sehe dass tim automatisch kim eine plattform bietet auf der kim halt wirklich auch unwahrheiten mutmaßliche unwahrheiten über mike verbreitet oder aber ihnen halt auch wirklich schadet oder anderen menschen schadet und das ist das problem was tim nicht bewusst ist dass er mit seiner reichweite menschen die sehr polarisierend sind gerade auch was schlagzeilen betrifft groß macht und diese menschen sich aber im umgang nicht unbedingt korrekt verhalten und damit trägt er eine verantwortung gerade auch weil er so eine junge community hat die ja zum teil noch gar nicht ja mündig ist die noch unter 18 sind wir haben viele 13 15 jährige die einfach ja schutzbefohlene sind und da sollte man schon einige werte vermitteln und das weiß ich nicht ob tim diesen fokus noch hat meine liebe das soll es erst mal gewesen sein von mir zu 24 tim und kim dieser neuen liebschaft die dort entstanden ist ich bin ja ich bin wie soll ich das formulieren ein bisschen ein bisschen zögernd noch aber gut wir werden wahrscheinlich bald erkennen was da los ist meine lieben ich sage jetzt mal schüss wir sehen uns um 14 uhr wieder